Hallo liebe Freunde der weihnachtlichen Unterhaltung, ich bin's, der Leon von TroyTools und Amazon hat sich gedacht, ähm, ja, am ersten Advent, da kriegt ihr ein paar Spiele geschenkt und jetzt gibt's sieben Apps kostenlos zum Runterladen, aber leider auch nur heute und zwar ist es das Angry Birds Space, einmal in der HD-Version, einmal in der normalen, ähm, Smartphone-Version ohne Werbung, dann gibt's noch Quell, das ist ein Spiel, wo man so einen Tropfen durch ein Hindernislaborant führen soll, wo man irgendwie Konzentration fördert, bla 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 dann gibt's Sonic the Headshot, ich glaub, das ist klar äh, Teenage Mutant Ninja Turtles, das ist irgendwie so ein Spiel, wo man auf Dächern der Gegend rumjumpt und, äh, Feinde ausschaltet und irgendwie Hindernissen ausweicht dann gibt's noch Fruit Ninja, ist auch klar, mit dem Finger, der fungiert halt als Messer und dann muss man so Früchte abschlachten, macht ne Heiden, Spaß äh, Balloons TD5, das ist so ein, äh, Tower Defense Spiel und Hambu, das ist so eine Art Angry Birds, um das mal ganz grob und kurz zusammenzufassen auf jeden Fall interessant dürften vor allem hier die Angry Birds Base Teile sein ähm, Sonic the Headshot und, ähm, ja, ich denk, die drei Spiele sind auch gar nicht mal so schlecht ähm, schaut's euch einfach mal an, wie gesagt, ist kostenlos, kann man nicht wie falsch machen und bis dahin wünsche ich euch einen schönen ersten Advent und wir sehen uns nachher wieder in den News, die heute wahrscheinlich etwas später kommen aber das werden wir nachher sehen, bis dann, ciao so